Sensation! Minijobber können 300 Euro Energiegeld doppelt kassieren. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de. Ganz kurz und knapp, ich bin Minijobber und habe am 1.9.2022 über meinen Arbeitgeber die 300 Euro Energiepreispauschale ausgezahlt bekommen. Er hat mir auch gesagt, dass er das gar nicht hätte machen müssen, aber er hat es halt trotzdem getan. So, und jetzt die Frage, kann ich die 300 Euro nochmal kassieren, weil ich ja auch eine Altersrente beziehe? Ganz klar und eindeutig, ja. Sie können als Minijobber sozusagen doppelt die 300 Euro Energiepreispauschale kassieren. Und zwar einmal als Erwerbstätiger, wenn Sie im Jahr 2022 an irgendeinem Tag eine Erwerbstätigkeit nachgegangen sind oder zum Beispiel am 1.9.2022 mit einem ersten direkten Arbeitsverhältnis oder Dienstverhältnis von Ihrem Arbeitgeber die 300 Euro Energiepreispauschale ausgezahlt bekommen haben, können Sie, wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen tatsächlich erfüllen für die Energiepreispauschale für Rentner, dann bis zum 15.12.2022 von Ihrer Rentenversicherung die 300 Euro nochmals erhalten. Im Kern geht es hier um zwei völlig unterschiedliche gesetzliche Anspruchsgrundlagen. Die Energiepreispauschale für Minijobber ist im Einkommenssteuergesetz geregelt, also der Anspruch darauf. Die Energiepreispauschale für Rentner ist in einem völlig anderen Gesetz geregelt und über dieses Gesetz hat der Bundestag am 20.10.2022 final entschieden. Deshalb müssen Sie nur die Anspruchsvoraussetzungen für die Energiepreispauschale für Rentner erfüllen. Das heißt, Sie müssen am 1.12.2022 eine Altersrente, eine Erwerbsminderungsrente oder eine Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente beziehen. Dann haben Sie Anspruch auf die Energiepreispauschale, die bis zum 15.12.2022 in Höhe von 300 Euro ausgezahlt wird. So ist es gesetzlich geregelt und deshalb können Minijobber tatsächlich zweimal 300 Euro Energiepreispauschale beziehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.